Hi Leute, ich bin Chili und ich erzähle euch von meinen letzten Tagen. Dies wird ein neues Format, was jetzt auf diesem Kanal immer online kommt. Ich erzähle euch jetzt von den letzten drei Tagen. Am meisten habe ich gemacht und zwar habe ich gepennt. Und am zweitmeisten, ja, 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 ich mag euch so sehr. Am zweitmeisten habe ich gefuttert. Aber guck mal, was ich noch gemacht habe. Ich habe meine komplette Heurolle abgegessen. Ich kaufe meinen Besitzer, kaufe dabei dann eine neue. Außerdem habe ich auch versehen, bisschen mein Laufrad angeknoppert. Und auch eine kleine Bitte kaputt gemacht. Ja, oh, 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 ja, das war es auch. Bis zum nächsten Video.